Contour 200i Air ist ein kompaktes und doch leistungsstarkes Digitalmusiksystem mit Apple Wireless Streaming Technologie AirPlay und einem Dock für iPod, iPhone oder iPad. AirPlay ermöglicht ein drahtloses Musikstreaming auf Ihr Contour 200i Air von einem kompatiblen iPod, iPhone oder iPad oder von iTunes auf Ihrem Computer über eine WLAN- oder Ethernet-Verbindung. AirPlay ermöglicht das Streaming hochwertiger Audiodateien plus eine Zwei-Wege-Synchronisation. Installieren Sie die kostenlose Pure Connect App auf Ihrem Apple-Gerät und genießen Sie tausende Internetsender weltweit. Hören Sie unzählige On-Demand-Programme und Podcasts und streamen Sie Millionen von Tracks über den Pure Music Abo-Service. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Contour 200i Air optimal für Ihren Musikgenuss nutzen können, wurde es für 36 Watt RMS hochpräzise Audioleistung und kräftigen Sound mit Doppelbass-Ports konzipiert. Es verfügt über eine einfache Netzanbindung durch die Nutzung der Einstellungen Ihres Apple-Geräts. Weitere Merkmale sind ein Eingang zum Anschließen weiterer Audiogeräte und ein digitaler Ausgang zum Anschließen eines externen Verstärkers oder HiFi-Systems. Contour 200i Air Your Music. Your Radio. Your World.